In diesem Video geht es um das Thema Strafrecht. Ich erkläre dir, was das Strafrecht- und Strafgesetzbuch sind, wie ein Strafprozess abläuft, welche Rechtsfolgen einer Straftat folgen und was das Besondere am Jugendstrafrecht ist. Wann immer viele Menschen in einer Gemeinschaft zusammenleben, braucht es Regeln und Gesetze. Wenn gegen diese Regeln verstoßen wird, gibt es Strafen. Der Staat setzt das Strafrecht ein, um bei Fehlverhalten Strafen verteilen zu können. Das Gemeinwohl und Schützen des Rechtsfriedens stehen an oberster Stelle. Es gilt das sogenannte Gewaltmonopol des Staates. Das bedeutet, dass der Staat das alleinige Recht hat, Gewalt anzuwenden. Deshalb dürfen Polizisten Straftäter verhaften und Handschellen anlegen. Selbstjustiz ist verboten. Das deutsche, österreichische und schweizerische Recht ist in das private und öffentliche Recht unterteilt. Das Strafrecht gehört zum öffentlichen Recht. Es dient dazu, Einzelne zu schützen und Täter zu bestrafen. Aufgeteilt werden kann das Strafrecht in materielles und formelles Strafrecht. Zum materiellen Strafrecht gehören Straftaten, die das Gemeinwohl beeinträchtigen. Das formelle Strafrecht regelt dagegen, wie ein Strafverfahren abläuft. Alle Regelungen stehen im Strafgesetzbuch. Dort sind Regelungen über die Straftat selbst und deren Rechtsfolgen festgelegt. Je nach Fall sind unterschiedliche Gerichte zuständig. Der Tatort oder auch Wohnsitz des Angeschuldigten entscheiden über das zuständige Gericht. Bevor eine Strafe ausgesprochen wird, muss das Gericht feststellen, ob tatsächlich eine Straftat begangen wurde. Voraussetzung hierfür ist, dass die Handlung in vollem Bewusstsein durchgeführt wurde und gesetzlich verboten ist. Es dürfen keine Rechtfertigungsgründe vorliegen. Ein Rechtfertigungsgrund wäre die Notwehr- oder Notstandssituation. Hat das Gericht eine Straftat festgestellt, werden die Täter bestraft. Als Strafe können Geldstrafen oder auch Freiheitsstrafen in Frage kommen. Weitere Strafen können ein Fahrverbot sein. Das Gericht kann auch Präventionsmaßnahmen anordnen. Dabei versucht der Staat, Täter zu resozialisieren. Ziel dabei ist es, eine Besserung im Verhalten zu erreichen. Die Täter sollen wieder am normalen Leben teilnehmen können. Solche Maßnahmen können eine Schadenswiedergutmachung, Einweisung in die Psychiatrie oder auch ein Berufsverbot sein. Das Besondere am Jugendstrafrecht ist, dass Jugendliche vor dem Gesetz erst ab einem festgelegten Alter strafmündig sind. Wer das 14. Lebensjahr vollendet hat, gilt in Deutschland und Österreich als strafmündig. In der Schweiz beginnt die Strafmündigkeit mit dem 10. Lebensjahr. Jedes Land hat hierfür eigene Regelungen. Im Vergleich zu Erwachsenen gilt für Jugendliche ein milderes Strafrecht. Jugendliche werden bei Straftaten nicht sofort ins Gefängnis geschickt. Wer aber mehrfach straffällig wird oder Mord begeht, kann trotzdem im Gefängnis landen.